Wie steht es um die Demokratie im 21. Jahrhundert und was ist eigentlich eine Autokratie? Das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. International vergleichende Daten zum Stand der Demokratie zeigen uns, dass die Demokratie im noch jungen 21. Jahrhundert einem starken Stresstest unterworfen ist. Zwischen 2011 und 2021 hat sich die Zahl der demokratischen Staaten verringert und die Anzahl der Personen, die unter autokratischer Herrschaft leben, von 49 auf 70 Prozent erhöht. Wie hier in der Karte rot dargestellt. Gleichzeitig stellen wir fest, dass 2021 die demokratische Qualität in 33 Staaten abgenommen hat, ein Rekord der letzten 50 Jahre. Wir messen das an vielen Faktoren. Dazu zählen unter anderem, finden freie und faire Wahlen statt? Ist die Exekutive dem gewählten Parlament rechenschaftspflichtig? Und wie steht es um die Meinungsfreiheit? Werden diese und weitere demokratische Prinzipien und Prozesse systematisch eingeschränkt, nennen wir das Autokratisierung. Autokratisierung ist demnach die graduelle Abnahme demokratischer Qualität. In unserer Forschung untersuchen wir derzeit, wie solche Autokratisierungstendenzen gestoppt werden können und inwiefern eine gut geschützte Wissenschaftsfreiheit ein entscheidender Bestandteil davon ist, Demokratien widerstandsfähiger zu machen. Dazu nutzen wir den Academic Freedom Index, der von uns mitentwickelt worden ist. Du interessierst dich für verschiedene Regierungsformen und möchtest politische Prozesse besser verstehen? Dann kommt zu uns an die FAU. Untertitelung des ZDF für funk, 2017